ja hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen folge hier auf meinem youtube kanal chris thailand schön dass ihr alle wieder mit eingeschaltet habt und ich habe mal wieder ein kleines news update für euch vorbereitet heute am 20 januar 2023 und vorab wünsche ich euch allen erst mal ein schönes wochenende ich hoffe es geht euch allen gut und ich würde sagen wir starten direkt mit dem ersten artikel da berichtet der verlang.com komitee berät über einreisegebühr bangkok das nationale komitee für tourismuspolitik wird am kommenden dienstag dem 24 januar 2023 einen vorschlag zur erhebung einer einreisegebühr von 300 baht für ausländische touristen prüfen der artikel geht noch ein bisschen weiter die links zu den artikeln packe ich euch wie gewohnt unten in die beschreibung rein wenn ihr euch das nochmal in ruhe durchlesen möchte dann habe ich einen artikel rausgesucht auch von der verlangen.com thailand hält an öffnung fest für die einreise ist weiterhin kein impfnachweis erforderlich thailand die thailändische tourismusbehörde in klammern tat möchte klarstellen dass thailand weiterhin alle internationalen besucher im rahmen der am 1 oktober 2022 eingeführten politik der vollständigen öffnung für den tourismus willkommen heißt auch der artikel geht noch ein bisschen weiter dann habe ich noch einen artikel rausgesucht von thailand.info mit quellenangabe the guardian thailands tuktuks werden angesichts der steigenden nachfrage nach elektromodellen grün bangkok reisen ohne die abgase und den lärm von verbrennungsmotoren wird in dem land mit einer der schlimmsten luftverschmutzung der welt immer beliebter thailands ikonische benzin fressende tuktuks werden durch ein umweltfreundlicheres energieeffizienteres modell ersetzt das reisenden eine umweltfreundlichere möglichkeit bietet sich in einem der weltweit schlimmsten länder vorzubewegen wenn es um luftverschmutzung geht auch der artikel geht noch ein bisschen weiter ja was sagt ihr zu dem ganzen schreibt mir doch mal gerne eure meinung zu den vorgetragenen themen in die kommentare das war es auch schon wieder von dem news update wenn euch meine videos gefallen dann würde ich mich freuen wenn ihr einen daumen nach oben da lasst den kanal abonniert ich bedanke mich fürs zuschauen und sag bis zum nächsten mal bleibt alle miteinander gesund macht's gut ciao ciao